Okay, links, rechts. Zehnmal. Frank Elstner kämpft seit Jahren gegen einen heimtückischen Gegner. Parkinson. Er hält sich fit mit Sport, nimmt Medikamente. Aber ein Ereignis hat sich in sein Gedächtnis eingebrannt. Als ich die Diagnose Parkinson bekam, war ich natürlich getroffen. Das ist ganz klar. Die ersten Tage liegt man im Bett und kann nicht richtig schlafen. Man googelt die halbe Nacht im Internet rum und guckt, was kriegt man für Informationen. Doch Frank Elstner will mehr. Er will anderen Betroffenen helfen. Sein Arzt ist der Neurologe Prof. Jens Volkmann von der Uniklinik Würzburg. Zusammen haben die beiden einen Ratgeber geschrieben. Dann zitter ich halt. Ich hoffe, dass Frank Elstner stellvertretend für andere Patienten genau die Fragen gestellt hat, die mir eigentlich jeder in der Ambulanz im Zwiegespräch stellen würde, um mehr über seine eigene Erkrankung möglichen Verlauf zu erfahren. In der Nähe von Würzburg hat sich Frank Elstner mit einem Betroffenen verabredet, der ihm besonders am Herzen liegt. Der Weinbauer Ewald Ruppert. Bei ihm ist die Krankheit schon viel weiter fortgeschritten. Was mich halt besonders stört, ist, dass man manchmal unvermittelt ein Zimmer betreten will und steht in der Tür wie angenagelt und kommt keinen Zentimeter vorwärts und keinen Zentimeter rückwärts. Man ist einfach wie eine Salzsäure. Die Medikamente reichen nicht mehr aus. Ewald Ruppert soll jetzt eine neue Behandlung bekommen, den sogenannten Hirnschrittmacher. Frank Elstner begleitet ihn acht Monate bei der Therapie. In diesem Film wollen wir herausfinden, was der Eingriff für Betroffene mit fortgeschrittenem Parkinson leistet. Können sie anschließend ihren Alltag wieder besser bewältigen? Mitte August 2021. Neurologische Universitätsklinik Würzburg. Ewald Ruppert hat einen Termin bei Professor Volkmann. Der Neurologe will ihm erklären, was bei der tiefen Hirnstimulation auf ihn zukommt. Das wird dann so gemacht, dass auf beiden Seiten ein kleines Bohrloch eingefertigt wird. Das ist etwa sieben, acht Millimeter im Durchmesser. Sie wird ungefähr hier liegen. Und die Elektrode, die wird genau vorberechnet in die Tiefe des Gehirns eingeführt und dann bis in diesen Nucleus subtalamicus vorgeschoben. Und jetzt wollen wir halt mit dem elektrischen Strom wirklich nur wenige Kubikmillimeter von diesem grünen Bereich hier stimulieren. Und das können wir am Computer alles simulieren, einfach mal Strom drauf geben auf die Elektrode. Jetzt gebe ich mal einen Milliampere Strom. Das wird hier rot dargestellt, welches Gewebe jetzt erregt wird. Und dieser Kern, den wir anzielen, dieser grüne Bereich hier, das sind wirklich nur wenige Kubikmillimeter Hirngewebe, die wir hier ganz stark vergrößert sehen. 23. August 2021. Im OP der Würzburger Neurochirurgie nimmt ein Team von Spezialisten bei Ewald Ruppert eine sogenannte tiefe Hirnstimulation vor. Sie ist auch unter dem Begriff Hirnschrittmacher-Operation bekannt. Die Neurochirurgin Professor Cordula Mattis hat bisher über 600 Hirnschrittmacher eingesetzt. Der Weinbauer ist hier also in den besten Händen. In Kurznarkose erfolgt der erste Teil der Operation. Jetzt ist Ewald Ruppert wach. Von nun an ist seine aktive Mitarbeit erforderlich. So, ganz herum. Jawohl. Und schauen Sie nochmal. Große Fingerbewegungen auf der rechten Seite. Genau. Die Ärzte kontrollieren, ob die erste Elektrode ihr Zielgebiet 7 cm unter der Schädeldecke erreicht hat. Die starken elektrischen Impulse verraten, dass dieses gelungen ist. Im nächsten Schritt wird Professorin Mattis die andere Elektrode in das ebenfalls nur millimetergroße Zielgebiet vorschieben. Nach sieben Stunden ist der Eingriff fast beendet. Ich wusste nicht, dass sie auch so musikalisch sind. Ende der Operation. Jetzt müssen die Ärzte nur noch Ewald Rupperts neuen Hirnstimulator für die nächsten Tage programmieren. Und mit dieser Einstellung gehen die Patienten nach Hause und merken kontinuierlich von den ersten Tagen an, dass sie eine ganz andere Grundmobilität haben. Ganz viele beschreiben das so, dass ein Panzer weg ist, ein starres Gerüst, das sie eigentlich Tag und Nacht im Griff hatte. Dass das weg ist und das liegt daran, dass kontinuierlich ein Effekt da ist. Acht Monate sind seit der Operation vergangen. Nach Untersuchung von Ewald Ruppert in der Würzburger Uniklinik. Haben Sie noch Erinnerungen an die Zeit während der Operation? Ja. Wir haben ja ständig miteinander gesprochen. Und Sie haben ja auch gemerkt, schon während der sekundenlangen Stimulation, dass es besser wurde. Jetzt würde ich gerne einmal kurz am Kopf die Region abtasten, weil wir dort ja diese längeren Steckerkontakte haben. Die Narben sieht man eigentlich nicht. Das ist diese feine Linie, so leicht gebogen. Die Stecker sind kurz hinter den Bohrlöchern, so als kleine Vorwölbung tastbar. Und dann läuft das Kabel oder laufen beide Kabel von rechts und von links hier herunter, wenn Sie nochmal den Kopf so ein bisschen nach dort drehen. So, hier kann man ahnen, dass dort ein Kabel kommt, aber wirklich sehen können wir es nicht. Und läuft hier, laufen beide Kabel zu dem Stimulator, die gehen hier hinein in den Stimulator, das haben wir bei der Operation ja auch gezeigt. Und hier sieht man die Narbe vom Stimulator. Also das ist der Verlauf. Das bleibt immer wichtig für uns, das immer wieder im Verlauf zu sehen. Ich denke schon, Herr Ruppert, wir können gemeinsam sagen, dass das richtig war, dass wir die Operation gemacht haben. Wenn ich die ersten drei Monate abziehe, ist das eine feine Sache. Ja. Aber jetzt, Gott sei Dank, bin ich wieder voll da. Dass die ersten drei bis sechs Monate schwierig sind, ist ja nicht ungewöhnlich. Ja. Die erste Woche nach der Operation ist meistens alles sehr schön. Ja. War auch so. Ja, war alles wieder, war alles unbesser. Das zeigt auch, der Befund in der Operation und dann diese ersten frühen Tage, wenn man das gut hinbekommt, auch phasenweise gut hinbekommt, dann weiß man auch, dass man es langfristig gut hinbekommt. Insgesamt hat es sich gelohnt und dass Sie mit Freude in Ihren Weinberg gehen können, das finde ich eben auch sehr schön. Die Neurochirurgin ist zufrieden mit dem Ergebnis der Operation. Jetzt will sich der Neurologe Professor Volkmann ein Bild von Ewald Ruppert machen. Das ist ja noch ziemlich überbewegt jetzt im Moment. Wann haben Sie denn die letzten Medikamente genommen? Vor eineinhalb Stunden. Okay. Und dann merken Sie immer, dass so eine halbe Stunde später diese Zapplichkeit anfängt, die Überbewegungen. Ja. Gut. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie der Schrittmacher eingestellt ist und reden auch nochmal über die Einstellung der Medikamente. Das müssen wir jetzt auch untereinander ein bisschen abstimmen. Ja. Wobei mir lieb ist, dass ich ein bisschen mehr Schmacher zapp. Ja, Sie nehmen lieber eine Tablette mehr, weil Sie dann auch mehr Energie haben, nicht? Ja, das haben viele Patienten, dass sie lieber ein bisschen mehr Medikamente nehmen, als eigentlich nötig ist. Aber hat eben auch die Gefahr, dass man dann ziemlich zapplich wird. Das ist mir aufgefallen und ich will das, ich nenne das bewusst mit, weil ich dann weiß, dass ich deutlich mehr Energie, insbesondere vormittags, habe und ich dann eine ganz schöne Menge Arbeit weg schaffen kann. Wie wichtig die genaue Abstimmung von Hirnschrittmacher und Medikamenten ist, erläutert der Arzt. So, Herr Ruppert, hier sehen Sie, das ist ein Modell der Elektrode, die bei Ihnen im Gehirn verpflanzt ist. Und das Grüne, was wir hier sehen, das ist dieser Nucleus Subthalamicus, den wir mit dem Strom stimulieren wollen, insbesondere den hinteren Bereich von diesem Kern. Und die Stromwolke, die ist hier in rot dargestellt. Also wir können jetzt genau die Veränderungen uns anschauen, wenn ich den Strom neu einstelle, welche Bereiche von dem Kern tatsächlich bei Ihnen gereizt werden. Und so können wir eine möglichst optimale Abstimmung finden. Wenn ich den Schrittmacher abschalte, dann sind die Effekte vom Schrittmacher ganz schnell weg. Ja, insbesondere auch auf die Sprache. So, jetzt ist er aus, die Wolke ist weg. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das auf die Sprache auswirkt. Können Sie bitte mal die Wochentage mir aufsagen? Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Anstag, Sonntag. Ja, Sie haben gemerkt, das ist immer noch nicht so ganz deutlich. Das ist jetzt keine Folge von der Stimulation vom Schrittmacher. Der ist aus, der hat keine Wirkung mehr, sondern das ist eine Folge von den Überbewegungen, die Sie hier haben durch die Medikamente. Erster Testgang nach dem Ausschalten des Schrittmachers. Jetzt heißt es abwarten. Zwei Stunden später schaltet ihn Professor Volkmann wieder ein. Ich probiere jetzt mal verschiedene Einstellungen aus und gucke dann immer, ob das Auswirkungen auf das Sprechen hat. So, jetzt nochmal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also Sprache ist jetzt gar nicht so schlecht, ja. Jetzt müssen wir aber mal schauen, wie es mit der Beweglichkeit der Beine ist. Mal mit dem linken Bein mal so hoch und runter. Ist es so leichter? Vergleichen Sie das mal. Ist es so einfacher oder ist es so einfacher? Ja, ich schalte nochmal um. Jetzt nochmal. Es geht besser mit der Fuhr. Ja, Rupert, jetzt haben wir den Schrittmacher so weit eingestellt, dass die Beweglichkeit jetzt nur mit dem Schrittmacher, glaube ich, ganz zufriedenstellend ist. Jetzt müssen wir aber aufpassen, wir gucken uns das gleich draußen nochmal vom Laufen an. Wenn Sie jetzt Medikamente einnehmen, dass das nicht zu viel wird. Zweiter Testgang. Jetzt mit neu eingestelltem Hirnschrittmacher. Und jetzt nochmal drehen. Ja, und jetzt mal andersrum drehen. Andersrum mal drehen. Okay, wunderbar. Dann kommen Sie nochmal zu mir. Ich ziehe ihn nochmal an den Schultern. Eins, zwei, zack. Zack. Und nochmal. Zack. Sehr gut, kann Sie nicht umschmeißen. Das Gen ist mit dem Hirnschrittmacher deutlich besser geworden. Aber nicht Ewald Rupperts Stimmung. Der Grund? Er hat seit drei Stunden keine Medikamente genommen. Alle Parkinson-Patienten wissen, ohne diese Medikamente stürzt die Stimmung ab. Gut. Und in drei Wochen sehen wir uns wieder. Dann müssen wir eventuell die Medikamente noch ein klein bisschen nach unten anpassen. Wie viele Patienten in diesem Spätstadium neigt er dazu, sich eher etwas überzudosieren. Er nimmt also etwas zu viele Medikamente ein, damit er auch wirklich ganz zuverlässig nicht in diese sehr unangenehmen Phasen kommt, in denen er eingefroren und unbeweglich ist. Daran arbeiten wir jetzt noch. Herr Ruppert ist eigentlich zufrieden, wenn er in seinem Weinberg arbeiten kann. Und er hat mir gerade gesagt, naja, da bin ich eh für mich alleine und da hört mich niemand, wenn ich rede. Also er hat die Tendenz, da einfach lieber auf Nummer sicher zu gehen und mehr einzunehmen, als er eigentlich bräuchte. 27. April 2022. Ein herrlicher Frühlingstag östlich von Würzburg. Frank Elstner hat Wort gehalten. Erneut besucht er Ewald Ruppert. Natürlich wieder im Weinberg. Inzwischen sind die beiden Freunde geworden. Im Winter war ich ja schon mit dir hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Frühling macht's mir Spaß. Obwohl man jetzt ja noch gar nichts sagen kann, ob das ein guter Wein wird. Nein, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber man bemüht sich natürlich von Anfang an, die Stöcke vernünftig aufzubauen. Und dann ist wichtig, dass die Triebe schön gleichmäßig verteilt sind. Und du bist natürlich glücklich, dass du wieder der Chef in deinem eigenen Weinberg bist. Und dass es dir gut geht. Und dass du deiner geliebten Arbeit wieder nachgehen kannst. Ich bin froh, dass alles ordentlich dasteht. Also auch die Natur weiß, worauf es ankommt. Weißt du, was mir so Freude macht? Wenn ich in dein Gesicht schaue und sehe, wie du zuversichtlich in die Zukunft schaust. Vor ein paar Monaten sah das noch anders aus. Ja, also ich bin schon erleichtert, dass dieses erste Jahr nach der Operation trotzdem hier meinem Mann stehen konnte. Da bin ich schon sehr dankbar dafür. Das ist wirklich ein großer Unterschied, wenn ich denke, wie du vor acht Monaten gesprochen hast. Und wie ich dich jetzt gut verstehe. Also jetzt verstehe ich sogar auch dein Fränkisch. Gut, danke. Gibt es denn eine Stelle, mit der du jetzt im Moment nicht zufrieden bist? Ich habe mich bemüht und der Heilgross hat mir die Gesundheit gegeben, dass wir wieder einigermaßen hinkommen. Und das ist für mich in dem Jahr immer wichtig. Ich freue mich. Du hast mal eine große Entscheidung getroffen, als du gesagt hast, ich lasse mich operieren. Und jetzt muss die Frage von mir kommen, würdest du das wieder machen? Jetzt ja. Vor einem halben Jahr war ich sehr gespalten, weil ich ja nicht gesehen habe, dass es aufwärts geht. Das ging sehr zögerlich. Aber jetzt, wenn ich sehe, was ich alles wieder machen kann, keine Sache. Und welche Spuren hat das an deinem Körper hinterlassen? Ein paar Narben, ein paar Dellen. Man sieht ja noch, den Film kann man ja sehen, da, hier. Ja, aber du hast das große Glück, dass du einen wunderbaren Haarwuchs hast. Eben. Das ist hier völlig verschwunden. Ich fühle das natürlich, dass hier die Dellen sind, wo die gebohrt haben. Ich fühle hier oben, wo die beiden Kabel nach innen gelegt werden. Und wenn du dir die Haare wäschst, musst du ein bisschen vorsichtig sein, nicht zu viel rubbeln? Nein, muss ich nicht. Also ich meine, man weiß ja, dass man operiert ist. Aber es spannt nichts, es blutet nichts, es biegst nicht. Also es gibt Stunden am Tag, wo du total vergisst, dass du diese Krankheit hast. Da vergesse ich, dass ich das habe, ja. Super. Das wünsche ich mir auch. Und das ist ja das, was ich sage. Schade, dass ich nicht fünf Jahre früher das alles erfahren habe. Vielleicht könnte ich noch ein bisschen was mehr machen. Aber ich muss mich ja freuen, dass es noch so mit mir geht. Aber jetzt heißt es, Blick nach vorn. Frank Elstner berichtet, was Experten neuerdings empfehlen. Tischtennis. Tischtennis ist für Parkinson-Kranke eine ganz wunderbare Bewegung. Du musst dich zwischendurch auch mal bücken und aufheben. Und das ist ein tolles Training. Wenn du Lust hast, spiele ich gern mal mit dir Tischtennis. Ich glaube, ich sehe immer nur zwei Siege. Der Ball, du weißt ja nie, wo der herkommt, weil der Gegner das entscheidet. Und diese Reaktion darauf, die führt eben zu einer Körperreaktion, die stimuliert. Und ein Kranker hat mir sogar einen Tipp gegeben. Er hat gesagt, wenn es mal schwer wird mit einem schwierigen Ball, halt dich mit einer Hand an der Platte fest, dann erreichst du den besser. Noch weiß niemand, ob auch Frank Elstner irgendwann einen Hirnschrittmacher braucht. Aber die positive Erfahrung von Ewald Ruppert ist eine Erleichterung für beide Männer. Ich hoffe, dass ich Sie dort damit aufhören und ruhig sein kann, wenn es nicht mehr über dieació. Du bist noch nicht und wie sie daran mehr verhaftet. Und dann? Wenn es nicht mehr wie ein paar Fragen an der Platte hat.